Herr Bischof Ackermann, was haben Sie denn mit dem Kloster Hämmeroth vor? In der nächsten Zeit wird der Abt Präses zum Gespräch zu mir kommen und dann werden wir besprechen, wie die weiteren Schritte sind. Es muss ja dann einen Kontakt geben zwischen der Kongregation oder dem Kloster und dem Bistum, um zu sehen, wie kann eine Form von Übergabe gestaltet werden. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da muss man auch schauen, was könnte das zukünftig bedeuten, auch in der Fortführung als geistlicher Ort. Haben Sie denn da eine Vision für Hämmeroth? Es wäre natürlich schön, dass dann auch wieder eine geistliche Gemeinschaft in der Nachfolge der Zisterzienser dorthin kommt. Ob das Zisterzienser sind, ob das eine andere Ordensgemeinschaft oder geistliche Gemeinschaft ist, das wird man sehen müssen. Aber das wäre natürlich mein Wunsch und mein Interesse. Aber ich glaube, zunächst muss deutlich sein, es kommt hier leider eine Geschichte an ein Ende und dann muss es Überlegungen für die Zukunft geben. Ein anderes großes Thema, was die Gläubigen hier in der Region umtreibt, ist die Bistumsreform. Wie gehen Sie denn mit den Ängsten der Menschen hier um? Wir sind ja vielfältig unterwegs, sowohl sehr konkret vor Ort mit Informationsveranstaltungen, aber das geht natürlich auch auf schriftlichem Wege. Ob das jetzt digital ist, Menschen schreiben mir Briefe und wir versuchen sie wirklich sorgfältig zu beantworten. Wirklich das zunächst aufzunehmen, was gibt es an Befürchtungen? Denn dass es Befürchtungen und auch sogar Ängste gibt in den ganzen Veränderungen, das nehme ich ernst. Und das war auch zu erwarten, weil das wirklich ein gewaltiger Schritt ist, den wir vorhaben. Aber es geht ja darum, auch eine neue Lebendigkeit und Freude am Glauben und am Leben in der Pfarrei zu gewinnen. Denn es ist mir in den letzten Jahren ja immer wieder auch gesagt worden, Herr Bischof, so wie bisher geht es nicht weiter. Und diejenigen, die sich engagieren, die sind sozusagen bis oben hin voll und das belastet uns. Also wir müssen eben neue Wege finden, aber das geht nur in einer guten Kommunikation. Trotzdem gibt es ja viele Ängste bei den Menschen, dass sie dann in riesigen Pfarreien organisiert werden, dass sie den persönlichen Kontakt verlieren. Wie gehen Sie denn damit um? Es ist klar, dass das Bild der Pfarrei, dass der Synode vorschwebt, nicht mehr das Bild der Pfarrei ist, die wir bisher kennen. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Aber natürlich soll es weiter Leben vor Ort geben. Also dem trete ich immer auch entgegen, wenn die Leute den Eindruck haben, es gibt riesige Räume, die sind anonym und kalt. Und es gibt nur noch einen Punkt zentral, an dem dann sozusagen pfarrliches Leben sich abspielt. Nein, es soll natürlich das Leben weiter vor Ort bleiben. Aber wir wollen eben auch Bürokratieabbau betreiben. Wir wollen auch Ballast, den wir strukturell haben, institutionell. Davon wollen wir uns ein gutes Stück befreien, sodass man sagt, da kann auch nochmal mit einer anderen Leichtigkeit, das ist wenigstens meine Hoffnung, vor Ort gemeindliches Leben stattfinden. Sie haben schon erwähnt, dass die Menschen Ihnen Briefe schreiben. Auch Landrat Streit hat Ihnen einen Brief geschrieben. War recht deftig, auch in den Formulierungen teilweise. Was halten Sie denn davon? Also ich sage offen, dass mich der Stil ein bisschen irritiert hat, dass der Landrat mir schreibt und dass das faktisch aber ein offener Brief ist und er das öffentlich macht, aber ohne meine Antwort abzuwarten. Ich habe ihm natürlich Antwort gegeben. Ich habe ihm in der Zwischenzeit geschrieben. Aber die Frage wird sein, wo der Landrat jetzt so sagen, auch die Begründungen für all diese Befürchtungen, die er da äußert, hernimmt. Also im Synodendokument kann ich diese Anhaltspunkte nicht finden. Da müssten wir dann eben ins Gespräch eintreten. Aber wie gesagt, das machen wir auf vielfältige Weise, dass wir wirklich gut zu hören versuchen, was sind die Befürchtungen, was sind Berechtigte oder wo muss man sagen, es gibt Befürchtungen, die auch mit Informationsdefiziten zusammenhängen.